Und los! Wir sind gerade in einer Cenote. Wir sind hier in Mexiko das Ding, was eine Cenote genau ist. Und die mexikanische Stadt Tulum zeigen wir euch in diesem Video. Mexiko! Wir sind einfach mal in Mexiko. Um genau zu sein sind wir in Tulum, das ist ganz ganz im Osten von Mexiko. Das ist auf der Halbinsel Yucatan und hier sind das Ding, das sind so Cenoten heißen die. Das sind so Wassergräben, wo man reinspringen kann. Sieht super cool aus und wir haben uns dazu Fahrräder ausgeliehen und mit denen fahren wir jetzt zu einer Cenote und zeigen euch die mal. Diese Räder hier sind richtig genial. Das sind so richtig alte Fahrräder mit diesem Korb hier und sie haben nicht mal bremsen. Wenn man mich bremsen möchte, dann muss man hier das Ketal nach hinten drücken, so wie bei Kinderfahrrädern. Wir sind jetzt angekommen bei der Cenote Calvera. Die ist ganz in der Nähe von Tulum und ganz leicht mit den Fahrrädern zu erreichen. Allerdings, es ist jetzt erst halb zehn und es ist schon so heiß. Ich glaube man kann ganz gut sehen, dass ich voll verschwitzt bin. Da kommt die Abkühlung genau richtig jetzt. Also wir haben gerade den Eintrittspreis erfahren. Es kostet zehn Euro pro Person und dann noch mal acht Euro für die Kamera. Finden wir eigentlich echt richtig teuer. Also im Internet hatten wir nur die Hälfte des Preises gelesen. Ich glaube, dass sich die Preise hier erst vor kurzem verdoppelt haben. Also echt ganz schön teuer. Wir sparen uns jetzt einfach die acht Euro und werden hergehend ein bisschen mit dem Handy filmen. Ich hoffe, das klappt auch ganz gut. Der Eingang hätte es so ausgesehen wie bei so einer Rumpelkammer. Das war voll unordentlich. Aber hier wird es dann jetzt schön langsam schön. Hängen jetzt ein paar Hängematten, Schaukeln und hier ist ein richtig schöner Weg auch. Hier ist es jetzt richtig nett hergerichtet. Es sind ein paar Stühle und auch Hängematten hängen hier. Die gibt es hier in Mexiko übrigens überall an jeder Ecke. Und hier ist jetzt die eigentliche Zenote. Zenote, so sieht das aus. Das ist eine Kalksteinböhle, wo die Decke eingestürzt ist und ist mit Süßwasser gewüllt. Man kann drinnen baden gehen und wie man sieht, kann man auch tauchen. Aber wir gehen in diese Bühne bauen. Die Zenote hier ist ziemlich klein, aber ich finde das so cool, dass man hier reinspringen kann. Es gibt hier eben diese Löcher, da kann man auch noch mal reinhüpfen. Sieht so aus, als würde man einfach in ein schwarzes Loch hüpfen. Bier kann man hier wahrscheinlich nicht erkennen. Gert? Schaut höher aus. Es ist gern ab. Komm schon! Und los! Hier gibt es total viele Fledermäuse. Ich hoffe man kann das sehen. Diese ganzen schwarzen Flecken hier sind alles Fledermäuse. Es gibt ja auch so Seile, wo man sich festhalten kann. Die kann man auch als Schocki benutzen. Sind aber nicht so bequem. Und die Höhle hier selbst ist voll schön. Richtig cool hier. Und das Wasser ist auch gar nicht so kalt. Es ist eine richtig perfekte Abkühlung. Wir haben voll das Glück, es sind kaum Leute da. Ich glaube jetzt sind noch insgesamt zwei Leute außer uns hier. Das ist richtig ungewohnt bei so Attraktionen kaum Leute zu sehen. Oh schon! Ein großer, großer Leguan. Wie heißt das? Exe Leguan. Keine Ahnung wie das jetzt wirklich heißt. Aber die sind auf jeden Fall riesengroß. Wir haben letztens auch einen gesehen. Der war einen Meter groß. Wir blenden euch den jetzt hier mal ein. Also die sind hier echt, das haben wir noch nie gesehen davor. Oh nein, die sind ja einen Meter lang. Schon, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Riesig sind die hier. Unfassbar. So cool. Auch wenn die Cenote hier ziemlich teuer ist, hat uns das jetzt richtig gut gefallen. Das Wetter war herrlich, das Wasser war herrlich. Man konnte reinspringen. Es gibt Hängematten. Wir konnten das voll genießen. Und es waren fast keine Leute hier. Also echt herrlich. Und jetzt radeln wir zurück. Eigentlich wollten wir euch am Nachmittag die Stadt Tulum zeigen. Allerdings hat es dann geregnet. Es ist jetzt momentan Regenzeit. Das heißt, es regnet fast jeden Tag. Aber meistens nur für ein paar Stunden. Und dann ist wieder schönes Wetter. So wie jetzt auch. Es ist total warm wieder. Und voll angenehm. Tulum zeigen wir euch dann morgen. Aber jetzt zeigen wir euch den wahren Grund, warum wir in Mexiko sind. Und warum jeder endlich nach Mexiko kommen sollte. Es hatte das mit Essen zu tun. Und zwar sind das Churros. Meine absolute Lieblingsnachspeise. Für alle, die das nicht kennen. Das ist frittierter Teig, der dann in Zimtzucker gelegt wird. Und wir haben jetzt mit Schokosauce. Leute, das ist einfach das beste Zeug auf der ganzen Welt. Das ist einfach echt so genial. Das beste eigentlich einfach. Mh, herrlich. Mittlerweile sind wir bei diesem Laden hier Stammkunden. Weil es ist nämlich, glaube ich, der einzige Churro-Laden in ganz Tulum. Aber der hat dafür echt geniale Churros. Die Churros erklären wahrscheinlich auch, warum die Mexikaner zu den liebsten Leuten der Welt gehören. Und die wahrscheinlich auch fallen. Wir haben übrigens super Neuigkeiten. Wir haben endlich alle YouTube-Videos geschnitten. Also alle, die wir offen hatten. Wir haben teilweise Videos geschnitten, die Monate alt waren. Und jetzt haben wir alle geschnitten. Oder besser gesagt, Bia hat fast alle geschnitten. Und sind endlich auf unserem YouTube-Kanal aktuell. Das heißt, dieses Video, das wir gerade jetzt machen, werdet ihr schon in ein paar Tagen auf unserem YouTube-Kanal sehen. Und wenn das kein Grund ist, endlich unseren Kanal zu abonnieren, dann jetzt machen. Und wir schauen uns jetzt weiter Tulum an. Wir sind jetzt hier ins Zentrum gefahren. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen. Tulum ist jetzt nicht eine riesengroße Stadt oder so. Sondern vom Anfang bis zum Ende hin ungefähr zwei Kilometer lang oder so. Also relativ klein. Und ich glaube, deshalb gefällt es uns auch hier so gut. Wir haben jetzt hier unsere Räder abgesperrt. Weil, obwohl die Räder richtig alt sind, sind das hier das Ding Nummer eins, was am meisten gestohlen wird. Ich glaube, ähnlich wie in Amsterdam. Deshalb sperren wir die lieber immer ab. Wahrscheinlich fragt ihr euch, wie es hier mit Corona aussieht. Es gibt hier auch eine Maskenpflicht. Und ich glaube, sie sagen das hier auch irgendwie durch, dass man die Maske tragen soll. Wir verstehen es leider nicht. Das hat irgendwas mit Corona zu tun. Allerdings, es wird hier nicht kontrolliert, ob man die Maske trägt. Und es halten sich auch viele Leute nicht daran. Was man allerdings überall machen muss, egal ob man jetzt ein Restaurant oder einen Laden oder so betritt, bekommt man überall Desinfektionsmittel und die Temperatur wird auch gescannt. Aber ich hasse das. Wenn man in drei, vier Läden geht, hat man immer so viele Desinfektionsmittel auf seine Hände. Ja, aber sie geben immer richtig viel auf. Die Straße hier, die wir gerade entlang gehen, das ist so die Durchzugsstraße hier in Tulum. Und da ist der Meisterverkehr. Und hier hinter mir sieht man wahrscheinlich schon an den ganzen Läden, dass Tulum halt auch ein sehr touristischer Ort ist. Also für uns wirkt das trotzdem sehr mexikanisch. Aber man merkt halt, es ist hier auch vieles nur auf den Tourismus abgestimmt. Und das gefällt uns natürlich jetzt nicht so. Allerdings ist Tulum jetzt nicht nur bestehend aus der Straße, sondern hat halt schon noch seine wunderschönen kleinen Gassen zu bieten. Ich glaube die Nebenstraßen, in denen ist fast gar nichts los. Und da gibt es dann auch diese ganz kleine mexikanische Restaurants. Und das gefällt uns sehr gut. Uns gefällt Tulum echt richtig gut, was wahrscheinlich auch an dem Street Art hier liegt. Es gibt hier nämlich an jeder Ecke überall Street Art. Also jede freie Wand ist irgendwie bemalt und das gefällt uns irrsinnig gut. Hier geht jetzt in sein kleines Geschäft und kauft ein Moskitospray. Es gibt ja in Mexiko wieder so viele Moskitos, das ist so nervig. Und nicht nur das, nicht nur Moskitos, sondern es gibt ja auch etwas, das heißt Horsefly. Also ich glaube die deutsche Übersetzung ist Pferdeflüge. Und auf die reagiere ich voll allergisch. Ich habe da jetzt solche riesigen roten juckenden Flecken gehabt. Ja, ziemlich unangenehm. Und ich hoffe, dass das Moskitospray jetzt auch gegen die bösen Fikir hilft. Und was ich euch noch zeigen wollte, hier hinter mir ist ein Eisladen. Der heißt Aldos und der hat so ein geiles Eis. Also wenn ihr hier in Tulum seid, geht ihr unbedingt rein und holt euch ein Eis. Wir haben zum Glück wieder so ein Moskitospray bzw. eine Creme gefunden, die auch wirklich hilft. Weil bei Patrick helfen die meisten Moskitosprays eigentlich. Deshalb, das hilft. Hier im Zentrum sind so ein paar Maya-Artefakte ausgestellt. Und auch hier ist so ein Maya-Kalender nachgebaut. Und daran merkt man schon, dass die Maya hier eine ganz besondere Rolle spielen. Weil Tulum war eine der wichtigsten Städte für die Maya. Und die sind hier nicht nur in Tulum, sondern auf der ganzen Halbinsel Yucatan verbreitet gewesen. Das heißt für uns, wir werden ganz viele Ruinen anschauen. Das läuft natürlich vor allem nicht. Die Tulum ist richtig wichtig. Die Tulanne spiele ich nicht in der Mitte. Und die Tulanne spiele ich so einen Kader. Alles ist wichtig, dass ich hier in Tulanne spiele, als ich sie und die Tulanne spiele. Weil ich bin eigentlich das hier nicht wirklich gar nicht. Das muss ich aber ganz first mal anfangen. Bevor wir nach Mexiko gekommen sind, wussten wir nicht, ob es hier auch so Streetfood gibt, so wie in Asien. Und wir sind so froh dass es das hier auch gibt. Also es gibt es an jeder Ecke gibt es Taco Läden. Also wir haben Tacos, Puritos, Quesadillas überall. Und es gibt hier in Tulum eine Straße, wo ganz ganz viele solcher Taco Läden sind. Wir verlinken euch, wo die ist unten in der Beschreibung. Wir werden aber jetzt nicht hier essen, sondern wir gehen in unser Lieblingsrestaurant. Zum Abendessen sehen wir euch jetzt hier bei unserem absoluten Lieblingsladen. Der ist übrigens ein richtiger Geheimtipp, weil der so neu, den gibt es noch nicht auf Google Maps. Und immer wenn wir herkommen, hat er irgendetwas Neues hier stehen, weil er sich die Halle irgendwie aufbaut. Und wir wussten zwar, in Mexiko gibt es diese Tacos, Goritos, alles mögliche. Und ja, es ist wirklich so genial, wie man es kennt und wie wir es erhofft haben. Es ist wirklich einfach nur überall, wo man hingeht, egal wo, es ist immer jedes Mal extrem lecker. Und wir zeigen jetzt das Essen, er hat jetzt noch eingeführt, dass es Musik gibt, deswegen können wir drinnen nicht sprechen und verabschieden uns jetzt. Aber bleibt dran, es ist echt, es zahlt sich aus, es schaut einfach so lecker aus. Mühwete, Mami. Beso. Mühwete, Mami. Mühwete, Mami. Ey, 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 ey. Dice. Mühwete, Mami. Ay, muévete, Mami, anda. Muévete, muévete. Mühwete, Mami. Muévete con mi son sabroso que te traigo ahora. Mühwete, Mami. Ajá, ajá, ajá. Muévete, Mami, ahora muévete, muévete. Mami. 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 Mami.